Hallo Leute, in diesem Video schauen wir uns den Vergleich von Carbon der siebten Generation, so wie wir ihn hier haben, und von der sechsten Generation an, von dem es bereits schon ein Video gibt. Verlinke ich euch dann irgendwo da oben. Und danach schauen wir uns mal den Prozess und den Aufbau und der Reparatur von der Firma an, um mal zu begreifen, was für eine Arbeit eigentlich dahinter steckt. Nach dem Intro geht's los. Fangen wir heute erstmal mit dem Zustand des Geräts an. Und danach gehen wir direkt auf die Seite von RenewOne, vergleichen die zwei Modelle miteinander, und dann schauen wir uns erst den Prozess und die Aufbereitung an. So, wie immer ist der Zustand hier wie neu. Okay, kann es hier von allen Seiten mal ein wenig besser zeigen. Hier haben wir noch die ganzen Anschlüsse. Leider haben wir hier von der Tastatur noch die alte Lackierung, beziehungsweise die zweite Generation, sage ich immer. Es gibt insgesamt drei, die dritte ist halt die ganz neue. Aber die hat auch eine sehr schöne Qualität. So, da wären wir jetzt hier auf der Seite. Carbon, also Carbon, Lenovo ThinkPad X1 Carbon der sechsten Generation. Und hier haben wir einen der siebten Generation. Ungefähr von den Ausstattungen in der Zeit relativ gleich. Hier haben wir mit einem Terabyte. Hier haben wir mit 512 GB, kann man natürlich auch fixen, ist ja das kein Thema. Display ist auch hier etwas schlechter wie hier, aber ich habe das bewusst so gewählt, weil man hier die sechste Generation in einem etwas besseren, damit also mit einer etwas besseren Ausstattung für 916 bekommt. Und jetzt gerade momentan im Sale 899, die siebte Generation. Und da kann man sich da mal so ein bisschen durchlesen. Ich werde da jetzt nicht genauer eingehen drauf. Wer Interesse hat, kann das Video pausieren und hier mal drüber gucken. Ich möchte in diesem Video mehr auf den Prozess der Wiederaufbereitung gehen, da die Firma da viel Zeit und auch viel Geld investiert, um ein fast neues Produkt den Kunden zuschicken zu können. Also alles in diesem Unternehmen ist kostenaufwendig für eine Spitzenqualität. Als erstes muss jedem klar sein, dass bevor etwas neu entwickelt wird, erstmal viel kaputt gehen kann oder viel kaputt geht, wegen Tests, Fehlversuche, bis das Endprodukt dann bei dem Kunden landet. Dies ist dann auch natürlich mit viel Zeit und mit viel Kosten verbunden. Nennen wir als erstes mal die Aufbereitung der Tastatur. Vor dem Überdruck wird erst die Dicke und dann der Farbton getestet. Aus 300 verschiedenen Produkten, die die Firma anbietet, werden ungefähr 100 verschiedene Farbtöne allein nur für die Tastatur entwickelt. Also wenn ihr mich fragt, ist das schon ein wenig heftig. Kommen wir zum Bildschirm vom Laptop. Oder von den Laptops, die die Firma verkauft. Wie schon in meinem letzten Video erwähnt, wird das Display auf minus 1000 Grad abgekühlt, um die einzelnen Beschichtungen zu lösen. Die Polarisierung von den Beschichtungen, die ausgewechselt werden, müssen auch erst einmal angepasst werden. Wenn das nicht gemacht wird, kommen Flecken oder Pixelfehler auf der Matrix bzw. auf dem Display direkt selber. Bei den Bildschirmen fürs Handy ist bekannt, dass der Kleber bis 140 Grad hält. Sprich, man muss den Bildschirm auf 141 Grad erstmal erhitzen, um ihn dann lösen zu können und um einen neuen Bildschirm wieder einbauen zu können. Es werden natürlich nicht nur neue Geräte verkauft, sondern auch alte. Die kommen aber dann meistens mit fehlenden oder mit effekten Teilen. Für diese es aber leider keine Ersatzteile mehr gibt oder meistens keine Ersatzteile mehr zu kaufen gibt. Daher müssen erstmal neue gebaut werden bzw. angepasst und dann verbaut werden. Sonst bekommt der Kunde einen Laptop mit einem Loch oder mit einem fehlenden Zahnrad im Scharnier. Und das kann man halt natürlich so nicht verkaufen. Was auch hier Zeit und Energie reingesteckt wird, um einen etwas älteren Laptop, wo die meisten sich denken, dann schmeiß man weg, dann brauchen wir nicht mehr, wieder benutzbar zu machen und für den Kunden wieder verkaufsfähig aufzubereiten. So, in diesem Sinne war es eigentlich schon von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Firma und in die Produktion von Renew1 verschaffen und hoffe, ich habe euch die Kaufentscheidung ein wenig erleichtert. Insofern, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Renew1 Team.